So, liebe Gäste, hier ist der Platz für mutige junge Leute. Hier, gerade an diesem Spielplatz, wird auch in Hansetage Extremsportzweige getrieben. Extremsport, also Skyboard, Inline, Skate, Skeda und so weiter und so fort. Hier ist dann der Start für Orientierungswettlauf. Statt und der Straßenbasketball, Sie wissen, das ist die Wiege des liturgischen Basketballs. Und der Basketball ist in Lütschon die zweite Religion, wissen Sie alle, nicht? Basketball ist bei uns großgeschrieben und Basketball ist bei uns, ja, wie gesagt, zweite Religion. So, und gerade hier, dann ist die Straßenbasketball auch da. Wenn Sie Ihre Mannschaften, mit Ihren Mannschaften kommen, mit Ihren, also ich meine, als Hansastädte, Sie können sich anmelden und dann spielen Straßenbasketball. Ja, bitteschön, gehen wir vor.